Hallo, meine Damen und Herren, ich bin der Kanzler, ich bin der Kanzler, ich bin der Kanzler, wiederholen mich an der Unterricht, danke, Fan. Jo, wo ist denn stehen geblieben? Hat jemand einen Plan? Bruder, das ist nekropole, ist keine Ahnung, da ist irgendwas, da ist irgendwas, da wollen wir nicht hin, da brauchen wir nicht hin. Hat jemand einen Plan, wo stehen geblieben sind? Giftmischer, gut, gehen wir mal da runter, ich habe keine Ahnung mehr. Getalkt, fest die Relevanzin, verloren ein Tempel, das wäre wo? Da oben. Na, das ist der andere Näher, ne, gehen wir erstmal runter. Komm erstmal, da lang. Werden wir hier hochgeklettert? Was ist denn hier los? Ich will ein bisschen Eko und fällt dir noch toten Leid vor. Jungs? Viva Las Vegas, genau. Gab's damals schon, ne, Las Vegas gab's damals noch nicht, ne? Egal. Keine Ahnung, was hier da rummaulen. Sag mal, da hoch, kann man so bequem herumlaufen? Ja. Wo kann ich mein Gaul nicht rufen, man? Pebbles, also Blödsinn meine ich, ist er immer gekommen. Gerald ist cool, Gerald hat einfach das coolere Pferd. Ei, ei, ei. Oh, wenn sie nicht mal so schnell klettern oder sowas machen, oh, sexy. Rassismus, einfach knallharter Pferd, Rassismus. Du musst zu Fuß gehen. Hier geh... Hä? Pebbles. Wenn dann, Pebbles. So wie es Pferd in King, der kommt in Lawrence. Pebbles hieß. Heißt das jetzt auch Pebbles in der Faubus? Wenn jetzt ein Pferd Faubus, was ist denn so eine Gewalt? Ja, ich kann was. Wir sind für uns schaulichbares Getöns. Du wirst, was ich mein. Gut, danke schön. Halt, krampst mal. No! Wann das jetzt gesagt? Da kannst du jetzt runter... Okay, das war zu tief. Au. Oh, das klappt ein Pfuh... Ach, den Übung. Das ist eine Yoga-Übung, glaube ich, was es Pferd macht. Naja. Komischi-Yoga-Übung, aber hey, von mir aus. Why not? Was machst du da? Holst du Satan? Ich glaube, der hol dich zu Satan. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Satan aus der Unterwelt, der niemals auf die Schnauze fällt. Satan ist wieder da. J.B.O. 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 forever. J.B.O. Jaja. Jute Lieder machen die. Das ist alles nur geklaut. E-o, E-o. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur gesund, geklaut und geraut. Und so gut, das hab ich mir erlaubt. Irgendwie so ungefähr. Wacken ist nur einmal mehr. Gibt's ja auch von denen. Gibt's hier irgendwas in der Nähe, das relevant ist? Nö. Äh? Wo ist denn da rein, um da hinzukommen, Alter? Äh, Cassidy? Die will sich gerade nicht bewegen. Der manchmal so stuck ist, dann bewegt die sich auf einmal neben mir. Und dann macht sie es wieder. Das ist natürlich in dem Kampf fucking sexy. Ich will das nimmer. Mach's weg. Mach's, dass es aufhört. Es tut so weh. Achso, ja, ja, ja. Achso, da kommen wir ja noch gar nicht durch. Das war ja die Sache. Deswegen haben wir das gemacht. Müssen wir die Shreaks finden? Da, dann müssen wir die Quizverschränze machen. Ah, da drüben ist er. Bandscheibe. Knack. Wir speichern hier mal kurz zwischen. Speichern hier zwischen. Danke. Hä? Wo ist denn die Schlange her? Halt die Fresse, das Stück Scheiße. Meine Fresse. Der geborene Jäger. Ach da. Beilhagen! Auf die Steins schon mal killen, weil der Typ ist assi. Hi. Ah, Bruder, was geht? Wenn der meint. Ja, brennt du's, ich mag's aber früh. Weißt du, du bist eher Gift, ich bin eher Feuer. Mach beides damit schon über time. Malakka! 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 Das war der Auftragsmörder, der versucht, die Politiker in Athen zu vergiften. Ich sehe! Toll bestätigen! Lothis ist gefangen in meiner Bemühung, meinen Athenerfeind zu vergiften, verblassten vor der Erbarmungslosigkeit der um sich greifenden Zeuge. Es spielt keine Rolle, der Speer der Mietklinge versetzt mich in meinen eigenen Illusion aus Gift und Verfallen. Hier auf meinem Thron der Schlangen trinke ich aus dem Helm von Hades, der fallenden Diener. Ein Phänatiker mit wilden Augen nahm den Gürtel des Dieners mit nach Süden unter meinen liebsten Baum in der Unterwelt. Offenbar teilen wir eine Vorliebe für das Abscheuliche und Gezahnte. Du bist so doof, Bisch. Ja. Gehen wir erstmal da hin, weil ich sah, uns fehlt halt die... Die... Hä? Ist das geftiges Wasser? Alter, warum ist das hier so ein Haufen Schlangen? Ich hasse die Viecher. Also, im Spiel zumindest. Die sind nur scheiße, so. Na ja, wir haben jetzt ja... Fallende... Äh... Eigentlich wissen wir jetzt auch, wo der hakt. Taktor nach dem Süden. Ja gut, äh, die Quest ist hier für uns. Von daher, alles halb zur Welt. Kommt mal, Späichern. Sag die Späichern. Danke. Na, Mädels, was geht? Oh, er schon wieder. Also gut, Jaron. Dann erzähl mir von diesen verlorenen Seelen. Ach, die? Nicht jeder in der Unterwelt gehört hierher. Diese Seelen haben sich verirrt. Ihre wahre Ruhestätte muss gefunden werden. Du bist der Fährmann. Du sagst, wo es lang geht. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Jede ankommende Seele ist verloren. Hat noch etwas zu erledigen. Und manche sind sympathischer als andere. Wer sind diese Seelen, denen ich helfen soll? Die meisten Toten erhalten eine angemessene Bestattung. Aber nicht alle haben dieses Glück. Und die Unglücklichen verirren sich. Oh ja, sie wandern bis in alle Ewigkeit umher, ohne ihr Schicksal zu akzeptieren. Ich helfe dir, Fährmann. Aber wo soll ich anfangen? Es gibt da einen Soldaten. Ein Athener. Er wollte eines ehrenvollen Todes in der Schlacht sterben. Stattdessen stürmte er auf einen Feind zu, rutschte Matsch aus und fiel hin. Was für ein großer Krieger. Er brauchte einen glorreichen Tod, um ins Elysium überzugehen. Aber ohne Waffe und Rüstung kann er nicht in den Krieg ziehen. Das eine ist in der ruhelosen Nekropolis. Das andere in den Händen eines Kämpfers namens Schwertfisch. Der Schwertfisch. Natürlich ist er hier. Ich hole die Ausrüstung dieses Soldaten und helfe ihm so zu sterben, wie er es wünscht. Okay. Lieber tot als in der Erde. So, ich nehme das Bötchen hier kurz. Ich lege es mir. So, schick, schick. Dann können wir kurz ranfahren. Schut, schut. So, perfekt, gelandet. Mal später wieder zurückschieben. Laufen wir nicht gerade wieder da hin, wo wir hier... Ach, nö. Echt jetzt? Wer... Oh. Ich glaube, die Bäumchen hier bringen mehr wie andere. 23 war schon mächtig. Oh, wir müssen da echt rein. Oh, zum Glück waren wir da noch in der Trende. Was war denn das? Ist die abgerutscht? Abgerutscht auf nochmal, ne? Weiß ja, Cassandra. So, Hochmedium ein Kind. Das ist der richtige Ort. Ich sehe. Da waren wir gerade schon in... Was war denn das? Ja, also irgendwie... Gute, gute. Ah, das ist mir gerade hergekommen. Wollte ich eigentlich noch nicht rein, aber gut. Wenn ich jetzt all die scheiß Rüstung brauche, dann kotze ich gleich. Echt. Echt. Wenn wir brauchen da die Rüstung, habt ihr irgendwas Schimmern sehen gerade? Nein, nicht. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ja, bestimmt. Oh, ich brauche Pfeile. Ich finde es gerade trotzdem irgendwas lästig. Hier sind alle Hops. Da kommen wir natürlich nicht durch, weil der eine das andere blockiert. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Blödes Viech, Alter. Warum arbeiten wir da nicht durch? Das ist mir scheiße. Hier sind auch schon irgendwelche Sneaks flangen. Ja, hier. Sonst ist ja nix mehr. Gut. Todesbein, ein paar Drachmen. Ganz nett. Sneakys sind ja nett. Schlange, Schlange, Schlange. Gibt nur ein Bein. Wir werden sein Bein verloren. Das war gesund. Das ist mir gesund. Ich glaube, da rechts ist es gleich. Problem ist, es ist schwer abzuschätzen, wie die stehen, weil die einfach nur ein leuchtendes Ding sind. So, mein Freund. Komm her. So. Ah, okay. Warum kannst du das Licht hier anmachen? Jetzt sind wir durch den Teppern mal drin. Ah, da müssen wir gleich durch. Heute schon Gas geben, aber schon mal aufgepiekst. Und dann war es das mit uns. So, auf einer Treppe sind ja eigentlich keine Schlangen, meistens. Aber man weiß ja nie. Oh ja, jetzt ist nichts für übersehen. Diese Rüstung macht nicht viel her. Na ja, wenn ich es haben will. Von mir aus. Das soll jetzt egal sein. Der Weg ist versperrt. So. Warte mal. Lass mich kurz mal da durch. Hallo, Ned. So. So. Rührt sich nicht. Hä? Kann ich dir noch ein Stück vorschieben? Echt nicht? So, jetzt aber. So, wunderbar. Hallo, lass doch los. Danke. Räuchte ja schon. Da brauchen wir gar nicht. Wenn ich noch das andere Ding noch finde. Das war das, weil die Karneval-Eutröcke. Mein Fehler. Eine Kiste noch. Nein. Oh, Scheiße. So, erledigt Für einmal abschließend Kriegen wir sogar noch Ein Skillpunkt, ist total Äh, das wollte ich jetzt nicht So, genau, Stäbchen Geh weg, Fliege Okay, Brief Tagebuch der Offenige 4, äh, 4. Eintrag Amprogio war stark Er hat neue Kniffe gelernt, bevor er hier unten kam Ich kam Ich kann die Blutung nicht stoppen Ich weiß, dass es aus ist Ich hätte ein gutes Leben führen können Mit den Drachen des Trottels Euryphios Wenn ich ihn nur selbst umgebracht hätte Statt Amprogio und seine Schläger anzuhören Damit sein Tod überzeugend wirkt Ich könnte jetzt ein Argolis sein Und bis in alle Ewigkeit Wein trinken So, ja Kannst du jetzt was noch machen, ne? Brenn! Ist wie Ich muss nur gucken, ob hier noch eine Schlange Schlange ist So Erinnere dich nach So Okay, da haben wir nichts mehr Dann zum Beispiel wird er mal ausgegangen Perfekt Halt, müssen aber hoch Ah, da oben wir haben auch rausgekommen Ah, ja, okay Das ist aber auf gut Deutsch Wir haben alles gemacht Alle drei Kisten Können auch kurz ein paar Fähigkeitspunkte verteilen Äh Chancen auf kritischen Treffer Dann würde ich gern noch Gesundheit Gesamtrüstung Lass mal einfach, wenn wir mit dem Ding drin sind Easy überleben Gefallene Miliz gefunden werden Okay Wo ist der? Ach, dann kommen wir gleich beide Erledigen Ja, das trifft es aber Ist ja passend So, Pebbles können wir ja gerade nicht rufen Dann machen wir gerade mal das Boot hier Kann man wenden Chippe, chippe, chippe Piep, piep, piep Brrrrn, brrrrn Wie müssen wir irgendwelche Sounds machen? In Zukunft gibt es ja keine Motoren Das wird alles elektrisch Jaaa Ich freue mich auch schon Wenn wir uns endlich mal die Renaults zurückkaufen können Ach Gott Allein schon finanziell gesehen Die so ersparen ist traubenhaft Aber Buggi, das Lied zum Kobalt Leute, informiert euch Bitte ordentlich Echt jetzt Glaubst du wirklich, dass Lied zum Kobalt erst Abgebaut wird, seitdem es elektrisch gibt? Nein Video ich erst nicht Ich höre schon seit Die Achtzehnten abgebaut Egal Egal Pass mal drauf Wir können ein Pferd nehmen Ey, den Brug Was bauen wir jetzt mit, Mann? Pepo Komm mal her Komm schon Ja, denke ich auch Komm schon Mach ihr ne Alle Was ist das für Schwefelmini, Alter? Los Wie geh du unter Welche? Ich will erst vielleicht reden Aber nicht Freunde Wieso Steinspeichern verfügbar? Kann ich überhaupt nicht speichern? Doch Danke Ach, komm Oh, die sind gleich relativ nah beieinander Sexy Hallo Aha Was soll das andere Ding sein? Ach, da ist die Kiste Okay Aha Aha Gleich nur ihn Verbrannter Tempel der Meuren Was gibt's hier alles? Hallo Der Schwertfisch wird das Schwert des Athenas haben Ja Ja Ich kann mal mit dem reden Theoretisch Wenn wir Glück haben, kriegen wir den jetzt runtergekickt Das Spiel ist voll geil Nice Ist jetzt einfach die großen Brauchst ihn nicht runterkicken Au Okay Tat weh Poseidon Gib mir Kraut Poseidon Jetzt schwimmt er wieder mit den Fischen Ah Cool Gut bestätigen Klappt auch mit dem runterkicken Notiz ist Schwertfisch Ich habe das Schwert Und die Rüstung des Athenas Sie sind mir gefolgt Sie sind mir gefolgt Selbst zum Arsch der Unterwelt Folgt mir der Kult Zwei Lebzeiten tat ich Was sie verlangten Aber selbst im Tod Wollen sie gehorsam Ich werde mich ihnen nicht beugen Ich habe mir bereits Halles Gunst verdient Wenn ich Wächter für seine Tore finde Wird er mir Sicher eine noch mächtigere Position geben Der König, der seine eigene Tochter erschlug Um einen Krieg zu gewinnen Er soll in den Flammen der Grube Der Entbehrung tanzen Ich habe vor ihm Einen Besuch abzustatten Cool Läuft Wo ist der andere gefallen denn jetzt? Du warst ja gleich in der Nähe Freund Nase Hi Hi So So Sollen wir dieses Resulenz hier bringen Aber ist egal Wir haben es Wie ist hier noch ein Schatz? Wo ist der? Da drüben Ja Holen wir uns kurz Kann ich da durch Oder sterbe ich dann? Ne Ich kann da durchlaufen Okay Sieht gerade nicht so gesund aus Das Wasser Wollen müssen wir eigentlich die töten Die wir schon mal getötet haben? Ich verstehe es nicht So Ort abgeschlossen Da drüben ist der Nächste Ich werde mal kurz aufs Da Hi Warn Vorteile nutzen Das für ein Baum Office Versteck Ne Ich werde jetzt nicht reinspringen Ich glaube ich muss da reinspringen Ach Dann darf ich speichern Und tschüss Gibt es da sonst noch Loot? Oh ja da drüben So Ah und hier noch Lala Sonst dürfte ja nichts sein Vielleicht kann man mit dem Feuer noch reden Einfach so Und Freunde werden Keine Ahnung Und die Beziehung aufbauen Und das Mann ist ja eh tot Von daher Ich hoffe jetzt einfach mal zu ihm hin Hallo Okay Nichts mit Feinden Verstehe ich schon Bruder was geht No Hi Ich habe mal das Schild Ja Ich habe nichts mehr für das Wenn frühere Leben einfach ein Arschwache Und dann ist es wirklich jetzt in der Hölle Oh Oh Keine Ahnung Hi Kassandra Können schon mal wieder hochklein Hallo du Blüte Hupe Wie bin ich mal mit dem Robbetsch Gehört Dann war ich mir noch viel fein Epictetus Der den mein Bruder tötete Um mich zu retten Tja Epictetus Notiz Die Pyramide ist kalt Das Licht ist erlöschen Das Licht Das Licht Das Licht ist in meinem Kopf Demos Dachte er könnte mich töten Doch als er meinen Schädel zertrümmerte Verschmolz das Artefakt mit meinem Innersten Ich habe meine Sterblichkeit abgelegt Und stehe in Verbindung zum Kosmos Ich werde meine Brüder und Schwestern Um mich scharen Und ich beginne mit der grausamen Biotierin Biotierin Sie trug im Norden die Schuhe des gefallenen Soldaten Und wurde bei der Erhuldigung der Titanen beobachtet Vielleicht fördert sie sich auch heraus Okay Gut Ort abgeschlossen Gefallene Äh Wir sind nicht irgendwelche Leute besiegen Um die zu den äh Ja Okay Ah Müssen wir es so oder so machen Ja gut Okay Wo ist denn die alte Höhen Und der we sind der Wir sind ja distorted Die Quelle Wir sind Die Bis zum nächsten Mal.